Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Schachgeck. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt, das war kein feiner Zug. Ja, stimmt, aber ich hab sogar schon einen. Okay. Mein Computer hat mich ja im Schach geschlagen. Jetzt spielen wir Kickboxen. Ja, finde ich stark. Ich hab aber auch noch einen, den kann ich aber auch nur erzählen, weil ich Vogelsberger bin. Dann leg los. Ein Vogelsberger sitzt in der Kneipe und spielt mit einem Papagei Schach. Da sagt ein Gast, krass, kann der das wirklich? Darauf der Papagei, nee. Ich versuch's ihm beizubringen, aber bisher war's vergeblich. Ja, 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 ja. Der ist gut für'n Vogelsberger. Ja. Aber jetzt hab ich ihn. Ich hab neulich beim Schach direkt eine Sechs gewürfelt. Bin halt einfach ein guter Kartenspieler. Wow, der ist schön. Ja, komm, langt auch. Die Woche ist vorbei. Komm, hochschicken. Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Puh hijo beeswäBA V. Autohinigung. ullab Exchangeudos Miranda Larsson. intrig flickiss Pictet über Hitradio FFH. Naasampirition Vigiliăm mit der moonlight als Hubschinski mit Finalsterreichurday Talks visip Interwe段 Untertitelung des ZDF, 2020